Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute gibt es wieder Highlights aus dem Champion Solo Cup. Ich hoffe euch gefällt das Gameplay und auch vor allem das Highlight Video. Schreibt gerne Feedback in die Kommentare, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr hier keine Videos verpassen wollt. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Na kack, Fighting Zone. Puh, nice. Bisher sieht es gut für mich aus. Ich denke doch nicht wirklich, ich könnte nicht runterschießen. Ich könnte nicht runterschießen. Ich könnte nicht runterschießen. Wehe, wehe wirklich. Hat er nicht gemacht. Hat er jetzt nicht ernsthaft, der hat nicht den Kill bekommen. Alter, das kann doch nicht sein. Ja, danke. Danke, ey. Das kann doch nicht sein. Ich mach den anderen komplett low und er bekommt beide Kills. Und jetzt... Warum? Instance Slurper... Ich brauch Waffen. Waffen, Waffen, Waffen. Waffen! RIP. Gut. Es war in diesem Moment, dass er wusste, dass er sich verabschiedet hat. Oh, geil, Jäger! Nice! Ganzes Haus. Gefühlt 50 Waffen-Spots. Keiner spawnt Waffen. Waffen. Oh, Alter, geil. Munition. Wer jetzt hier ein Gegner gelandet, wäre ich wahrscheinlich schon wieder tot gewesen. Dem ging es ungefähr genauso wahrscheinlich wie in meinen letzten Runden. Keine Waffe. Keine Waffe. Bennett. much Soup. Boех. Ceil. Feier. Ich habe einen Piggy. Wow, Alter. Warum nur auf mich? Schade. Oh, Digga. Was ist das für eine Zone? Die Matt sieht doch ganz in Ordnung aus. Geil. Instant Headshot. Schönen Lake-Moven, damit ich nicht ganz viel abschießen können. Holy shit. Oh, Mann, ey. Oh, ich habe keine Mets mehr. Oh, Mann, Mann, Mann. Ah, ich finde es schade, dass ich ein Southpacks nicht mehr so schnell nehmen kann. Weil so, wenn man dann immer nur irgendwie wieder 0,5 Sekunden warten muss, bis man das nächste Southpack suchen kann, ist das Ganze nicht mehr so nice. Dafür dann nur 20 HP. Ich weiß ja nicht. Eine Heavy Sniper. Sehr gut. Neh, nehm ich mal die Waffe hier mit. Die Auto-Sniper. Ich habe noch kein Bessen Metall. Das muss ich vielleicht noch mal ein bisschen ändern. Das bringt sowas so nichts. Das bringt sowas so nichts. Das kann ich das beißen mit mir. Da hinten ist auch noch ein Automat. Oh, nice, nice, nice. Das kann ich so mitnehmen. Sohn ist sogar sehr gut bei mir. Jetzt hat sich so einen richtig guten Loot verändert. Silent Scar. Heavy Sniper. Goldene Tag. Shockwave Nades. Ah, doch. Nehme ich statt, wenn es aufwächst wird. Jetzt kein Auge. Sehr nice. Monat Margot Grass. Deine Graf. Sohn ist das. superb. Und das geht, wenn dein lässt anmeldi14 Süper. Denn seit Jahren aufwächst ist der Schneider. Haben Sie ihn mir jetzt? Nein, habe ich nicht. Oh Mann. Hätte nicht etwas früher sterben können. Muss ich leider etwas so muven. Okay, nice, 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 nice. Ah, shit, ich fühle ganz long. Komm, eine muss sterben, eine muss sterben. Das möchte nicht ich sein. Oh nice, 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 nice. Erster Kill. Hätte eigentlich auch der zweite Kill locker sein können. Oh. Nein. Nein. Nein, Fü- Sechser. Sechser, nein. Oh, schade. Wichtig, wichtig, wichtig. Drei, drei, vier, fünf. Oh. Oh, holy shit. Ich habe ihn bekommen. Jawohl. Nice, nice, nice. Ich hatte es nicht gedacht, ehrlich gesagt. Kurz so eine Base. Bisschen Open Field hier herumlaufen. Ich brauche immer noch ein bisschen Holz. Weil ich sonst nicht allzu viele Metz habe. Aber zumindest kaum Metall herum. Ich habe kein Leben mehr. Schade. Jetzt muss ich nach da unten ein bisschen rotieren. So ein paar codeine. Schade. Bis zum nächsten Mal. Schade. Oh, nice, nice, nice. Okay, nice, ich bin auch in der Sohn. Oh, kritisch, kritisch, kritisch. War wichtig, das nochmal dem ganzen Metz zu holen. Oh, oh, oh. Oh, das ist sogar mein Altstörtel. Kritisch. Nice, nice. Keine Metze. One-Hits. Ich bin tot, ich bin tot. Ah, schade. Top 3. 19 Punkte. Was hab ich dir? Bestenliste, obere 32%. Einschaire 100%. 20 Euro ist das.